Leute, was geht ab? Wir sind hier gerade beim Videodreh von Sido, Savas und ich. Yo, Sigi. Brüdi, sag mal was. Was soll ich ungefähr sagen? Keine Ahnung, irgendwas. Sag mal, hallo, Aslaks. Kann euch alle gut gehen? Baut keine Scheiße. Hey, Savas, Abi. Sag mal bitte den Aslaks was. Bruder, ich liebe die Aslaks, Alter. One love, schöne Grüße, Alter. Na, Frankfurt? I love you, Frankfurt. FFM, Alter. Was geht ab, Digga? Session geht ab. Session, Alter. Videodreh, Alter. Max Monster, Alter. Ich werde jetzt geschminkt, Alter. Nein, ich nehme keine Schminke. Was kriege ich drauf? Ich bin nur viel Kudach. Ich warte immer noch. Ich bin gleich dran. Das ist mein Auto, in dem ich mich gleich reinsetzen werde. Die Leute fragen mich, wer ist der beste Rapper des Landes? Hier ist der Bruder. Bruder, hier, du bist der beste Rapper des Landes. Du bist es, Alter. Das war Abi. Mit deiner Musik ist mir groß geworden, Abi. Okej. Daё, ich bin nicht alle. Hier ist das Sklau. Egal, hier ist der Bruder. Die Frau, ich bin nicht alle. Ich bin ein recyciger, multimedia. Wir sind im Märkchen Viertel, mit Milo im Rari und suchen den besten Dünnerladen und sie geht Zeit hier los. Ja, wir gehen jetzt in den besten Dünnerladen. Milo hat Hunger. 24 Jahre Warte, wer hat die beste Ware. Unanschlossene, ruf mich an, jeder weiß, wie uns sonst... Seko Sosa!